Hallo, was geht ab? Mir ist ein bisschen kalt. Ich bin nicht erregt, wollte ich nur sagen, also vielleicht doch, man weiß es nicht. Hi, alles gut? Sehr schön. Ja, ich komme aus Berlin, ich wohne da noch nicht so lange und ich lerne gerade die Stadt ein bisschen besser kennen und letztens fuhr so ein Typ im Auto an mir vorbei, macht seine Scheibe runter, guckt mich an und schreit Schlampe. Richtig krass, Köln. Ich war total schockiert, weil ich so dachte, hä, das kann sich unmöglich so schnell rumgesprochen haben. Ich bin ja extra weggezogen, verstehe? Das ist ein kleiner Lifehack. Einige wundern sich. Achso, deswegen sind wir so oft umgezogen, als ich klein war. Schön, herrlich. Ja, ich weiß nicht, habt ihr euch was vorgenommen dieses Jahr? Irgendjemand geile Vorsätze? Weniger Kokain, du. Ah, geil. Ich habe mir auf jeden Fall was vorgenommen, so einen richtig geilen Vorsatz. Ich werde 2023 einfach immer öfter sagen, was ich denke. Hast ja gerade schon gemerkt. So immer so ganz frei raus und ich habe auf dem Weg hierher damit schon angefangen. Ich war so im Auto und neben mir waren so zwei Menschen vom Ordnungsamt und dann habe ich meine Scheibe runtergemacht und habe ich die so angeguckt und war so, für die Bullen hat es nicht gereicht, ha, ha, ha. Und dann bin ich so an denen vorbeigefahren, die so hinterher sah. Waren doch recht schnell dann auch. War auch ein bisschen teuer, weil es war auch rot und die Polizei war auch da auf einmal. Ich hatte beide Hände voll zu tun, da wieder rauszukommen. Naja. Was denn? Alle so, ja. Nee, habe ich wirklich gesagt. Geil. Nee, aber wirklich, ich meine, Ordnungsamt, ganz ehrlich, ja, die haben ihre Daseinsberechtigung, oder? Aber ich habe wirklich viele Fragen bezüglich dieser Berufswahl. Wie kann man sagen? Ich werde hauptberuflich verpetzer. Und ich trage gerne Warnweste, nicht nur privat. Meine Waffe ist ein Kuli. Weißt du? Was geht mit denen? I don't like him. Ich habe immer ein bisschen Stress mit denen. Egal. Ich habe dieses Jahr schon richtig krass was erreicht. Ich bin schon ein Jahr älter geworden. Ich hatte schon Geburtstag. Yay! Ich bin nicht, danke schön, ich bin nicht gestorben. Das habe ich schon erreicht. Ich hatte letzte Woche schon Geburtstag. Ich bin 41 Jahre alt geworden. Da hat letztens jemand reingerufen, Fake News. Ich so, hä? Sehe ich aus wie Donald Trump, oder was? Fake News. Nee, ich bin wirklich ü40. Ergibt ja auch gar keinen Sinn, wenn ich es nicht wäre, das zu sagen, oder? Also welche Frau macht sich älter? Frauen machen sich jünger normalerweise. Vielleicht bin ich auch schon 60. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn du Frauen ab einem gewissen Alter fragst, wie alt sie sind, weil sie irgendwie Stress haben damit. Sagen sie ganz oft so, I'm forever 29. Nee, ich denke nicht, Gisela. Du hast einen Rollator. Vorne in dem Korb deine Dritten und warum sprichst du Englisch? Also, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe immer so das Gefühl, Frauen haben so ein bisschen Stress, ab einem gewissen Alter aus der Gesellschaft so zu verschwinden. Keine Ahnung, dass die so ausgefaded werden wie so ein Lied, was man nicht mehr hören will. So, Frauen ab 40, wollen wir nicht hören, nächstes Lied. Ja, keine Ahnung. Als ich früher irgendwo reingekommen bin, lief immer so, don't you think your girlfriend is hot like me? Also in meinem Kopf, das hat keiner angemacht für mich. Jetzt läuft einfach nur time to say goodbye. Auf meiner eigenen Box habe ich immer dabei. Ist auch ein Banger. Letztens wollte so ein feministisches Magazin über mich berichten. Das fand ich voll geil, weil diese meinten, hey, es geht um die Sichtbarmachung von Frauen. Ich so, ja, bin dabei. Ich habe es aber auch gar nicht gecheckt, weil ich bin dumm. Sichtbarmachung von Frauen. Soll ich meine Titten rausholen? Ja, ab 40 hält man die hier. Ungefähr hier so. So. Nein, ich habe sie nicht da rangequatscht. Ich habe sie mir umgeschlagen wie einen klassischen Modeschal. Es ist jetzt sehr warm um den Hals. Ich könnte sie auch während der Show rumreichen. Einmal bis ganz nach hinten, dann wieder zurück. Jeder kann einmal Hallo sagen und sagen, time to say goodbye. Dich wollen wir nicht mehr sehen. Ist auf jeden Fall nichts. Einmal klatschen, wer hat auch Hängetitten? Das interessiert mich jetzt. Würde auch ohne Hände gehen? Auch die Männer? Einige sind jetzt irritiert. Definier doch mal Hängetitten. Ich sage mal so, wenn unter deiner Brust so ein Bleischiff passt, der dann nie wieder weggeht, dann bist du gut dabei. Wahlweise auch eine Tastatur. Wenn ihr das später ausprobieren wollt, kommt zu mir. Ich habe was dabei. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt noch ein männliches Äquivalent zur Hängetitten. Das ist der Schleppboden. Ich weiß nicht, warum ich dich die ganze Zeit da so angucke. Naja, es ist auf jeden Fall nichts draus geworden aus dem feministischen Magazinbericht über mich, weil die haben mir abgesagt mit den Worten, ja, unsere feministische Redaktionsleitung bestehend aus Malte und Dominik, die sich jetzt auch als Frauen identifizieren, haben gesagt, du bist zu alt? Krass. Und dann habe ich wirklich zum allerersten Mal ganz bewusst darauf geachtet, dass ich mich so ausdrücke, dass sich jeder in dieser Redaktionsleitung angesprochen fühlt. Ich habe gesagt Fotzen. Und ja, ich wollte, dass Malte und Dominik auch verstehen, was es bedeutet, sich als Frau zu identifizieren. Da wird man auch einfach mal random als Fotze beschimpft, oder? Ihr nicht. Okay. Das passiert nur in Berlin. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Punkt gemacht. Ich kann den irgendwie aber auch gerade gar nicht mehr schreiben. Ich glaube, ich bin blockiert. Das muss man auch erst mal erreichen. Ja, sehr schön. Ja, läuft ja richtig geil hier. Geile Stimmung. Yeah. Cheer for myself. Meine Güte. Es ist heute mein erstes Mal, wollte ich nochmal sagen. Also hier auf der Bühne. Es ist mein erstes Mal. Ich finde es richtig schön. Warum habt ihr so Brillen auf? Auch mega sweet. Voll schön. Naja, ich habe übrigens letztens so einen mega niedlichen Typen gesehen. Und ich habe nicht so richtig so einen Filter. Ich kann das alles immer nicht so steuern. Und ich habe den so gesehen. Und mein Kopf war so, oh mein Gott, der ist voll süß. Der gefällt mir. Und dann hatte ich aber Eisprung zu dem Tag, Zeitpunkt. Und meine Eier waren so, guck mal, schöne Herze, Mama. Das war mega laut. Ich habe mich total erschrocken, weil ich so dachte, boah, nicht, dass er das gehört hat. Und dann sehe ich so, wie der Typ so im nächsten Atemzug so von so einer Frau angelabert wurde. So, ja, ich finde dich total toll. Ich weiß, du hast mega viele Fans, die dir das sagen. Und der Typ nur so, ja, dankeschön. Und dann geht er so an mir vorbei. Und ich original ohne Filter stehe so hinter ihm. Ich so, bist du berühmt oder was? So, bist du berühmt oder was? Und er so voll eingeschüchtert. Er so, ja. Ich so, ja, wer bist du? Kriegst du eigentlich eine Kopfnuss? Wer bist du? Er so, Vincent Weiss. Es ist einfach eine fucking true story. Ich habe Vincent Weiss von hinten angelabelt. Oh, bist du berühmt? Hey, wer bist du? Weißt du so? Oh mein Gott. Dann dachte ich auch so, das ist mega, weißt du, wenn du so eine prominente Person triffst, dann ist das eher so einseitig. Der wird das jetzt vergessen. Ich denke jetzt mein ganzes Leben darüber nach. Finde das voll schade. Finde das voll geil, wenn er sich für immer an mich erinnern könnte. Und dann dachte ich, dafür müsste man wahrscheinlich was krass Extremes machen. Keine Ahnung, sich in die Hand kacken und den was so am Kopf schmeißen. Dachte ich auch, krass, vielleicht machen das deswegen auch die Affen im Zoo. Machen das ja auch, weißt du so, vergiss mich nicht. Ich heiß Coco. Hol mich hier raus. Keine Ahnung. Naja. Ich bin übrigens Single. Einige so, ja, zu Recht. Ich bin Single. Ich kann nicht so richtig flirten und ich habe mir letztens so Flirt-Tipps mal geholt und dann meinte die Person so, ja, du musst die Person, die du magst, ganz lange anschauen. Dann musst du was Nettes sagen und dann musst du auf die zugehen. Ich so, okay, dann habe ich das ausprobiert. Dann habe ich die Person ganz lange angeschaut. Dann habe ich was Nettes gesagt, du geiles Hau. Und erst dann bin ich aus dem Gebüsch gekommen. Jetzt habe ich Parkverbot. Dankeschön, mein Name ist Christina Bogatzky. Christina Bogatzky. Christina Bogatzky. Christina Bogatzky.